Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound! So, ähm, weitermachen, äh, wie machen wir am besten weiter? Ähm... ...Energy-Stores finden, dafür muss ich nach... unten buddeln oder nicht? Gab's hier, warte mal, sowas wie... ...Ballard, Entschuldigung. Oh, wie, Box, stelle ich mein Mikro vor, das tut mir leid. Äh, Seile, Fahrzeugen, Lackzeug, Sohle, hm... Nö... Na gut, wir haben immer ein bisschen Holz mitnehmen. Dann, warte mal, Richtung. Dann können wir ein paar, äh, von diesen Wegdingern bauen. Uff... Zu... Guckt da gerade eine Regenwolke vorbei? Eine einzige Regenwolke? Echt? Oh, warum leckt denn das zwischendurch? Komisch. Superkomisch. Verzeih euch. So, was ist der Unterschied? Hm. Au! Zack. Okay. Ähm, dann eben die zuerst. Oh. Ähm... Dein Ex. Decken wir einfach nicht so hoch. Kann auch sein. Okay. War ich hier schon lang gegangen? Glaube nicht. Dann wird's Zeit, hm? Hm. Doink, 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 doink. Äh, genau, ich hab einfach gehofft. Hoppala, vorsichtig, bitte. Tschüss. Äh, ja, vielleicht doch lieber erstmal nicht, ähm... Oh. Money, money, money. Äh, 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 äh. Dann lasst uns mal nach unten muddeln. Oh Gott. Leute. Nicht cool. Uh. Süß. Ah. Nicht cool. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Müssen hier... Oh. Ausbauen. Okay, ähm... Gut, fangen wir, äh, einfach an. Ähm... Hier. Ah. Hunger. Is, Kind. Is. Oh, Gewitter. Man kann ja gleich hier ganz durchgehen. Oh ja. Starkregen. Ist gut für meine Pflanzen, die werden gegossen. Ist gut. Oh ja, da wächst schon das Erste. Wunderbar. Ähm... Da ist ein Seil. Äh... Climbing and trying things... Time things together. Okay. Die, ähm... Doch, tschüss. Hier, danke. Reicht. Boop. So... Tsch... Ähm... Boden setzen... Wieso? Ist ja auch egal, wie es genau aussieht. Hauptsache irgendwie. So. Ähm. Ne, wo kommt die? Da. Okay, äh. So. Ja, mehr Holz. Kann ich hier mehr raus, eigentlich? Glaube nicht, aber man kann es ja mal gucken. Wicker. Timber, Timber. So. Dankeschön. So, wie hoch? So hoch war in Ordnung. Nur so rum. In den Hintergrund. Das wird weggemacht. Wobei, mäh. Spawnt die jetzt was eigentlich wegen dem Dreck des Libertaria? So, wenn man Dreckhintergrund hat, dann spawnen da auch Sachen. Ich weiß es nicht. Gut, ähm, eine Fackel. Da hin. Was mit? Eine hier hin, eine da hin. Und eine Tür hatte ich noch. Ja, perfekt. Boom. Sehr schön. Und dann würde ich sagen... Baue ich hier mal dicht, aber mit hat man hier am meisten Müll. Mathe klingt gut. Obwohl, halt, da muss ich erst noch aufräumen. Oh, die Musik ist irgendwie sehr laut. Oh, da kann es sein. Das ist wieder oben zu leise. Ah, ich denke, das geht schon. Judy. So, hier ist nämlich noch Kohle. Bist du denn, du kleine Ratte? Gut. Oh, schnell weg. Oh, oh. So. Ähm, Mut, Mut. Was wollte ich denn? Mathe, genau. Da. So. Dann können wir hier runter. Wasser ablassen. Gehen wir einfach hier. So, gerade runter, ne? Ähm, mal vergehen. Lass uns einfach mal wieder irgendwas zu holen. Eisen. Da ist Kohle. Die kann ich mir, glaube ich, später am besten holen. Oh. Die Matsche. Ähm, ja. Boink. So, wir können immer noch hier... So ein Licht machen. Dann machen wir das auch mal. Uh. Oh. Uh. Ich bin vorsichtig. Ich habe irgendwie ein bisschen noch wenig Leben. Warum auch gerade? Äh, so. Vielleicht trotzdem erleuchten. Und hier... Kleine... Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Süß. Und trotzdem Licht nehmen. Beide würde ich gerne öffnen. Komm her, du du bist Vieh. Ist das Ding jetzt im Hintergrund? Ne. War nur Mut. Sehr schön. So. Poisoned? Really? Will ich sterben? Frick in hell. Frick in hell. Ah. Da ist noch so ein Ding. Nein gehabt. Ist da immer nur Scheiße drin? Ist es echt? Achso, hier war ich schon gewesen. Ja, ich erinnere mich. Na gut. Mal weitergehen. Vielleicht schon. Da ist noch Kohle. Oh, da ist ganz viel Kupfer. Sollte vielleicht... Wo ist denn... Das Zeug sollte hier hin, ja? Mhm. So. Okay. Dann noch dran. Ja. So. Ganz viel Kupfer. Also, recht viel. Ein bisschen. Ein wenig. Eine kleine Erz. Aber. Okidoki. Ähm. Cool. Oh. Äh. Ok. Oh, was haben wir hier? Wir haben Kohle. Wir haben... Was bist du? Silber vielleicht? Oder so so eine Art. Silber. Tatsache. mehr Kupfer. Mehr Kupfer. Mehr Kupfer. So. Kohle und Eisen. Dann können wir uns auch bald... Dann können wir uns auch bald... Sachen kaufen. Rüstung ist und vielleicht ein besseres Schwert. Falls wir keins finden sollten. Durch? Nein. Ok. Uh. Abrupte Musikende. Gut. So. Und nicht hier. Oh, ja. Ist schon wieder irgendwas angehüpft. Ah, du da. Weißt du was? Ganz schön dumm gelaufen für dich, ha? Tja. Noch so ein Tierchen. Da ist eine Kiste. So. Oh. Stole? Eine Axt. Molotovs. Heilung und Pixel. Cool. Eine Fledermaus. Oh, ganz viel Kohle. Oh. Ah. Nichts passiert. Okay. Da will ich hin. Looten und leveln. Das muss drin sein. Bei leveln gibt es nicht wirklich. Aber umso mehr Loot. Cool. So mag ich es. Okay. Nehmen wir dann noch die Kohle hier mit. so. So. Das Ding ist noch so mega lahm, aber alt. Naja, Upgrades und so, ne? Jut, oh oh. Wie schon wieder? Oh, warte mal, ich hab jetzt eine Pistole. Pistole! Oh, warte mal. Oh, das macht aber ganz schön wenig Schaden. Was hat denn das für eine Special? Ähm. Keine Special? Die vielleicht besser? Die macht wie viel? Oh, ich kann beides. Lol. Okay, cool. Das ist gut zu wissen. Ähm, Dual Weeding. Mit Pistole und einer Einhandaxt. Einhandaxt. Warum auch nicht? Ich hüngere. Okay, okay. Pech für dich. Okay, Erze für mich. Juhu. Da unten sehe ich noch Dingens, ähm... ...Hupfer. Ganz viel Kohle. Kann man nie genug haben. Auch in diesem Spiel nicht. ...Hupfer. Sehr schön. Nimmt's denn da was zu ludern? ...hupfer. Um... ...Kuhrer, das wird gut. ...Hupfer. So. Hello. Ist nicht weiter. Gut, wir gehen mal hier unten lang. Mal gucken, ob wir da noch was finden können. Zum Schluss. Dann geht's halt hier runter. Boink. Da nicht. Oh ja, kann ich den von Weitem anschießen? Ähm, tschüss. Okay. Sag jetzt weiter. Da ist Eisen. Müsste vielleicht gleich mal nach oben so ein bisschen die Sachen wegbringen, ansonsten verliere ich gleich alles. Ich seh mich. Ich kenn mich ja. Äh, das ist alles Dingens. Da ist nix. Da werde ich schon wieder irgendwas antanzen, glaube ich. Hier ist es woanders. Das war gerade rechts. Dann ist es links gewesen. Vielleicht unten drunter. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Bist du? Du bist nicht böse. Du bist nur ein kleines Wesen. Ubers Silber. Und Eisen. Nehme ich beides gern. Mhm. Mhm. Da tun wir doch erstmal ein bisschen buddeln. Kleine Rasse oder so. Süß. Pixels. Ein Kupfer. Jo. Jo. Wow. Wow. Ah. Shit. Nope. Kann hier durchbuddeln und... Ah. Shit. Ich geh sowas mal drauf. Echt doch. Das war eine ganz tobe Idee. Eine verdammt tobe Idee. Okay, gut. Nee. Ähm. Können wir was essen? Aber das bringt es auch nicht unbedingt. Äh, gut. Ähm. Oh. Äh. Wie sollte man nach oben gehen? Ist gar keine schlechte Idee. Hallo? Hallo? Wow. Okay. Klappt ja grandios. So, wo war ich? So, also die Waffe ist schon mal Schiete. Alle beide. Da ist noch ein Stückchen Kupfer. Ja, ja, ja. Aber ist mir jetzt auch egal. Wir könnten, äh... ...was so machen. Da ist noch cooler. Ui. Es leckt zwischen mir einfach mega. Ganz merkwürdig. Aber es liegt wahrscheinlich... Also... Es liegt garantiert an mir. Fragt sich nur, warum und wieso. Mein NASA-Rechner... Problemat. Wahrscheinlich irgendwie eine dumme Einstellung. Oder? Ah. Ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte. Windows Update. Äh. Es ist, äh... Ein Graus. Ein Graus. Achso. Ich brauche mehr davon. C ist crafting. Danke. Eu, kann ich springen? Da. Wie viel ist eigentlich egal? Nehmt eins. Reicht auch vollkommen aus. Okay. Hier bin ich again. Hallo, hallo. Oh, da ist noch Eisen. Okay, cool. So, hier sind wir nun. Schmelzen wir erstmal alles, was wir so haben. Silber. Ganz neu. Wunderbärchen. Fired Clay. Ist eine Idee. Ist doch eine halbe Ewigkeit. Ach, du heilige. Cheetah-Po-Po. Okay. Darauf trinke ich erstmal ein. Prost. Okay, cool. So. Dann. Da oben war es reif. Die Kartoffeln, glaube ich. String nicht. Ne. Da oben der kleine sinkt. So. Ähm. Rüstung. Und Bricks. Genau. Bricks kann ich jetzt bauen. Wie viele? Ein Fired Clay. Gibt 50 Bricks. Heiliges Blechle. Machen wir nochmal 10. 10. Ah. So. Sehr schön. Fertig. Nice. Okay, cool. Dann. Ähm. Was fehlte noch? Der Anvil-Filter. Genau. Den kann ich jetzt craften. Sehr schön. Und den können wir direkt mal hinsetzen. Da. Und dann können wir hoffentlich hier Sachen zwischenlagern. Ähm. Ein bisschen Rüstung und Co. bauen vielleicht. Angsten. Schwero. Bombens. Breathingi pipi. Das ist so ein bisschen teurer. So. Alles nicht genug Zeugs. Okay. Aber nicht schlimm. Das sind wir dann in der nächsten Folge weiter evaluieren. Und ich werde vielleicht noch mal ein bisschen in der nächsten Folge was anpflanzen. Und ähm. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.